Wir ballern den Eisbären in die Lava und dadurch stirbt der und wir nehmen uns einen Loot. Geht das? Oh ja. Der hat keinen Loot. Das Loot verbrennt dann. Das Loot verbrennt auch. Aber lass ihn trotzdem töten. Bro, du bist nicht tot und wir haben unseren Spawn schon verloren. Renn, 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 wir gehen weg, Grevy. Grevy, aber du bist doch Dings E-Sportler, du musst doch einen Eisbär töten. Ach du, hier vorne links ist ein Eisbär, der hat ein Junges dabei. Der ist immer aggressiv, wenn die einen Kalb haben. Oh mein Gott, das ist ja voll komplex geworden. Kann einer von euch den Eisbären ablenken und ich töte das Junge? Warum, Alter? Es klingt brutal, aber wir brauchen Nahrung. Max, aber einen Eisbären, den kannst du nicht essen, Bro. Ach so. Ich kann nicht mehr. Keine Ahnung, das klang jetzt voll brutal, kam jetzt falsch rüber. Ich hatte eine ganz andere Intention. Wie schnell ist der Eisbär? Könne ich ihn anhauen und weg sprinten? Oder ist er schneller als ich? Nein, den könntest du nicht, Bro. Jetzt hör doch mal auf, Alter. Der triggert mich unnormal. 2014 gab es noch keine Eisbären. Okay, pass auf, Max, ich schwöre dir, wir kommen zurück und dann kannst du hier alle Eisbären umbringen, die du wirst. Okay? Okay, aber wir können auch deren Jungen entführen, ja? Der rennt halt nicht mehr bei mir. Ihr müsst kurz auf mich warten, ich seh euch sonst gleich nicht mehr. Weiß nebeneinander. Romatra, pass auf. Bring, wie viel Cobblestone hast du dabei? Wir brauchen wirklich eine Menge Cobblestone. Talking about a lot. So viel hab ich noch nicht. Ich hab grad leider sehr lange... Ich hab sechs mitgebracht. Sechs Cobblestone. Ja. Max, ob du geistig behindert bist? Ich dachte, die sind selten. Diese Menschen. Nein. Cobblestone? Ich brauch ne Sekunde. Hast du halt gesagt, ich denke Cobblestone ist selten. Komm jetzt mach ich mich abholen hier, es nervt auch langsam. Scheiß Trimax, Alter. Oh Gott! Der hat ja übel Bock nur auf mich. Jetzt, was mach ich jetzt? Alter, der Eisberg greift ja gar nicht das Kind an. Ja, das ist ja voll langweilig. Oh, Rebi will also kämpfen. Können wir ihn töten jetzt? Oder ist er noch zu stark? Wenn du fast Eisig bist. Wollen wir es nicht ausprobieren? Das hat mir überhaupt niemand gesagt. Wie kann ich das jetzt richtig rummachen? Ne, ich mach jetzt den Cobblestone-Generator. Vier breit. So. Geht er in die richtige Richtung? Ein Block, drei tiefes Loch. Darin ein Wasser nachher zwei tiefes Loch. Dann noch... Ich muss ne Video anschauen. Scheiße, Alter. Vorbei. Sneaken und Kiste anklingen. Sneaken. Umgreifen. Fuck, warte. Sneaken. Ein 6 Minuten Video. Halt dein Maul. Das schau ich mir gar nicht erst an. Sneaken. Ah, so sind die dann. Okay. Sneak. Ich hab viel zu früh aufgehört. Wobei, ne, es war gut. Die Pause tat gut. Ja, es geht auch so bei Meclash Royale. Die Pause tat gut. Achtung! Achtung! Ich hab dich! Ich hab dich! Achtung! Ganz, ganz schnell! Max! Achtung! Leben gerettet, Alter. Ja? Ich hab dich! 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 Und das ist komplett eingebaut. Das funktioniert! Ja, er hat sich komplett eingebaut. Ich will. Wenn's brennt, musst du den Sauerstoffzufuhr beenden. Ja, so funktioniert Minecraft. Wichtige Mechanik. Ich muss in der Base in die Luft baue, aber mit weißem, mit weißem, also wirklich weit in Luft, dann mit weißem. Was denn, wenn du hinter unserem Berg gehst, da wo Richtung Dschungel? Ja? Ah, und dann siehst du es. Nein! Was ist das denn für eine Scheiße? Max, Alter. Nee, das ist bei einem Creeper. Max, Junge. Fünf Minuten Zeit habe ich nicht. Fünf Minuten Zeit? Ja. Kann mich einer von den Escortieren? Das ist ein Notfall. Das ging aber ganz schnell. Ich habe den nur, ich habe den nur das Weizen unter die Nase gehalten und es kam ein Kind hinten raus. Ja, ja. Es ist immer so. Heftig. Essen und so. Ah, f***. Sorry, sorry, sorry. Ich nicht. Wie oft kann ich die Leute füttern, die, äh... Die Leute. Oh, shit. Das kleine Schaf hat das Ganze gegessen. Das kleine Schaf hat, äh, sechs Weizen grad verdrückt. Ist das normal? Das ist hungrig. Nee, ist halt hungrig gewesen. Komm her. Ja. Ja. Den Fisch essen. Dann wirst du wieder vorher regeneriert. Ist ein Prank. Ist ein giftiger Kugelfisch. Bist du behindert, Junge? Ich habe den gekocht. Dann kannst du ihn essen, Digga. Pufferfisch abgelehnt. Bist du okay? Das ist ein ganz schlechter Prank. Digga, du bist wirklich dumm, Alter. Du bist wirklich dumm. Weißt du das? Okay, jetzt mal ganz... Du musst jetzt komplett ernst sein. Ja. Kann ich ihn wirklich essen? Ja, natürlich kannst du ihn essen. Okay, dann gib her. Was kann man mit Gold geiles machen? Kann man mit Gold irgendwas geiles machen? Ja, wow. Vergüftet. Bin ich jetzt tot? Ja. Ist er echt gestorben? Hast du ihn umgebracht? Nein, nein, nein. Endlich. Endlich bin ich das. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich wissen muss bei den Compose... So eine richtige Übermissionen. Den Compose... So eine richtige... Du musst ja jeden einzelnen Tag als Vegetarier vegetarisch essen, ne? Nein, doch. Geh mal weg, Romata, geh mal weg. Geh mal weg. Ich habe kein Essen mehr. Ich baue gleich eben den Zugang runter. Max! Max, das ist aber... Das bist du selber schuld, Max. Das bist du selber schuld, du Idiot. Du hast es abgebaut. Ich war schon wieder Level 23. Ich bin so froh. Warte, warte, warte. Ich habe mich noch nicht ausgelustet. Ganz Sekunde, ganz Sekunde. Dafür... Alter, das ist ja ganz krank. Holy shit. Leg dich mal hier in das Bett rein. Leg dich mal hier in das Bett rein. Dann kannst du hier pennen. Oh ja, warte, das will ich sehen. You died. Warte, warte, warte. Hä? Das warst du. Nein. Doch. Du hast mich getrollt. Du hast mich getrollt. Ich fass es nicht. Ich dachte echt, hier hat mich jemand angegriffen. Und was ist jetzt? Legtun. Wer macht das Portal... Geht mal durch das Portal. Geht mal durch das Portal durch. Oh, hier sind wir bei Creepernippen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Rumatra, Rumatra, Rumatra. Ich musste einfach, Alter. Ich musste. Welches... Was habe ich jetzt für Nachteile dadurch? Gar keinen. Gar keinen. Du bist bei uns gespornet. Du hast deine Erfahrung verdorren, oder? Ich falle 28. Ja, im Vorschlag. Wir lenken... Wir lenken seine Eltern auf. Warte. Max, willst du... Okay, Max, warte. Willst du den mitnehmen? Willst du den mitnehmen? Kann man ihn mitnehmen? Können wir ihn anleihen? Sollen wir den entführen? Geht das echt? Ja, lass ihn mitnehmen. Lass ihn mitnehmen. Okay. Warte, ich baue den Baum ab. Was hast du jetzt? Was hast du in dein LKW gelockt? Das ist doch kein LKW. Das ist ein scheiß Boot, Junge. Oh mein Gott, ich heul. Einfach nur, wenn Blazes spawnen, die klatschen. Ich baue hier mal Blöcke weg, die das Spawning verhindern von den Viechern. Okay. Und die klatscht jetzt. So, es sah an. Wenn sie runterfallen, nicht. Wenn sie runterfallen, ist es okay. Jetzt bin ich reingefallen. Also runterfallen, ist okay. Ich bin reingefallen. Jetzt nicht in die Falle rein. Das ist schade. Ach, das ist Romatra, Digga. What the fuck? Du bist dumm. Dann. Junge, ich hab dich mit meinem Rotten... Dann kommt unten raus, baut diese Stufe ab und setzt sie wieder hin. Stufe wieder ab. Was ist V-Sync? Soll ich das ausmachen? Ja. Oh, ist der viel geiler, Digga. Warum war das an? Was ist denn V-Sync? Dass das Game einfach scheiße ist? Wieso sollte das von Anfang an an sein? Das Portal ist aus. Nein. Beide? Nein. Das ist Fensterscheiben. Was? Wie kann ich was drücken, dass es instant reinkommt? Mit Shift. Shift ist Großschreiben. Ja, Rechtsklick und Shift. Sogar Linksklick geht auch. Shift ist Großschreiben. Ja, richtig. So, Bro, dass es halt irgendwann anfackelt, ne? Da ich ein bisschen Angst vor. Ja, es passiert ja nichts, wenn es anfackelt. Die Wolle ist ja nur außenrum. Und alles andere wird auch Stein und, äh, weißt du, was ich mein? Ach, die Wolle ist aber... Du möchtest das aber so ein bisschen shapen? Genau. Ich... Ehrlich. Genau, die Wolle ist wirklich nur außenrum. Ich bin gespannt, Alter. Bin wirklich gespannt. ...einem Stil gemacht? Kann ich das irgendwo im großen Stil machen? Kann ich dir nicht sagen. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich hab... Mach'n Clip, mach'n Clip, Schicks Revi. Schicks Revi, mach'n Clip, Schicks Revi. Was ist passiert? Romatra hat Dynamit auf mich geworfen. Ich habe in dieser Situation gerade, ohne dass ich was falsch gemacht habe, gebrannt. Ja. Ich glaube, wenn man zu viele... Ja. ...Lavaeimer hat, dann brennt man automatisch. Nochmal, sag das nochmal. Wenn man zu viele Lavaeimer hat, brennt man automatisch. Ich... So hab' ich's... Also das... Dein Inventar? Also quasi, du glaubst, dass die Lava sich aus deinem Inventar auf deinen Skipper trägt? Wenn man zu viel hat im Nether, glaube ich ja, dass das irgendwie ein Zusammenhang war. Oder beim Befüllen, dass man das... Dass man irgendwie eine 20-prozentige Chance hat, dass man... Irgendwie, weiß ich nicht. Alle schreiben, dass du in die Lava reingelaufen bist. Das ist witzig, ne? Ja, sehr lustig, ja. Sag nochmal, was ich bauen soll, damit mein Haus schön aussieht. Welchen Stoff kann ich verbrennen? Man muss den Stoff unbedingt verbrennen. Das ist mir wichtig, dass es brennt. Okay. Wirkt für mich wie eine Zwangsneurose. Wollen wir drüber reden oder nicht? Och, Digga, ich brenne schon wieder. Wenn ich jetzt sterbe, dann raste ich aus. Sieht tatsächlich gar nicht so fein aus. Oh, nee, zwei leben noch anderthalb. Eins. Halbes. Halbes. Wassermelon. Wassermelon. Heilo. Was ist das denn? Das ist doch richtig scheiße. What the fuck? Max, Alter. So, ich bin da. Weltreise hinter mir. Wo bist du? Ich bin eine viel größere Weltreise als du. Wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Alter, what the fuck? Was ist scheiße? Das Game ist nicht so intelligent. Verstehst du? Ja. Manchmal ist es doch hundertprozentig klar, wo man die Blöcke hintun möchte. Und trotzdem packt er dämlich die Blöcke irgendwo hin. Ja, du musst halt besseres Aim haben. Ja, das ist es halt. Aber es wird auch ein bisschen so ein Aim Assist mäßig. So wie, weißt du? Ja, problem. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020